Bitz und so kommt heute auch mit freundlicher Stützung von der SRH-Hochschule für Kommunikation und Design. Wir kennen sie hier als die Designakademie Berlin. Ihr wisst ja, das ist eine private Hochschule in Berlin-Kreuzberg. Da gibt es Studiengänge, Bachelor, anerkannte Bachelor- und Masterstudiengänge für Design, Film, Motion Design, Fotografie, Marketing. Und vielleicht für euch besonders interessant, der Studiengang Web Development hat ein besonderes Lehrkonzept. Die Studenten lernen dort in, es steht hier, agile Two-Pizza-Teams. Ist das eine Sache, die man dort lernt? Pizza-Teams, wie funktionieren die? Two-Pizza-Teams sind Teams, die von zwei Pizzas satt werden. Ohne Scheiß. Das ist die Definition davon. Okay. Also ungefähr zehn Studenten pro Semester. Wird man denn von so viel Pizza satt? Es sind amerikanische Pizzen, die sind sehr viel groß. Und vielleicht geht es da um sportliche Dünnenstudenten. Unklar. Ja, also die Studenten sollen am Ende des Studiums keine Anfänger mehr sein, sondern richtige Projekte bearbeitet haben. Aber dick, weil sie viel Pizza gegessen haben. Vielleicht. Dann können sie mit ihrer Apple Watch gleich wieder. Das ist gut, ja. Die machen also nicht eine Landingpage oder einen Shop, sondern nachhaltige Hardware- und Softwarelösungen im Bereich E-Health, Umwelt, E-Learning, Social Entrepreneurship, die da richtig Sinn machen. Und ihr kennt, ihr lernt nur bei Fachleuten aus dem Tech-Bereich, bei Informatikern, bei Full-Stack-Developern, bei Designern, Spieleforschern, Illustratoren, Hardware-Leuten, SEO-Fritzen oder Medienpädagogen. Das finde ich übrigens voll wichtig, dass du halt bei jemandem lernst, der halt auch weiß, wovon das spricht und das halt nicht irgendwie, ja, ich habe irgendwie theoretisch mal gehört, wie man einen Editor aufmacht, sondern das hat mir im Studium immer sehr viel gebracht und das finde ich macht voll viel Sinn. Wenn ihr schon irgendwas drauf habt in der Richtung, dann könnt ihr in der Regel direkt im dualen Modell in Berliner Firmen anfangen und dann in der Regel auch kostenlos studieren. Die meisten Studierenden haben zunächst nur eine Affinität zu digitalen Medien, studieren dann zwei, drei Semester in Vollzeit und wechseln dann ab dem Hauptstudium in Partnerunternehmen der Hochschule, wenn sie denn was drauf haben. Fürs Wintersemester, das jetzt gleich losgeht, gibt es noch einige wenige Plätze. Schaut euch es einfach mal an auf Design Akademie Berlin und meldet euch beim Professor Gowatsch und sagt mal da Bescheid, wenn ihr da was machen möchtet. Ich glaube, es ist ein sehr guter Einstieg ins Berufsleben, wenn ihr da nach Berlin möchtet, was man durchaus empfehlen kann, ist hübsch da und weißt du das, schäbby hübsch. Ja, 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 die kenne ich. Habt ihr eine schöne Ausbildung, einen schönen Job möglicherweise auch und wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei der Design Akademie Berlin. Links ist in den Schauen. Herzlichen Dank.